Hallo Leute. Hallo Leute. Ja, heute guck ich mal zu. Wobei. Ja, beim Spielen. Ich soll jetzt spielen, ja? Ja, natürlich, für du. Das wird doch nicht. Los. Dann lass es doch. Los, fang an zu spielen. Aber Leute, ich will sie mal ein Auge holen. Wie man die Knie gewinnt. Was? Was? So, wir warten auf den Drachen. Der Drache, der ersetzt alle Symbole. Wenn er denn kommt, ja. Jetzt. Einmal nichts. Ah ja, okay. Hast du im Prinzip verstanden, ja? Ja, jetzt hab ich's verstanden. Ja, da ist es natürlich schön, wenn du grad zwei, drei hast. Dann auch was geschält in der Mitte. Das hab ich noch nicht gespielt. Mal? Nein, da gibt's keine Freispiele, oder? Nein. Ja, ich mag keine Freispiele, ne? So voll für umsonsten Spielen halt. Für umsonsten. Ja, der war gut. So gratis spielen, so zehnmal oder so. Los, Drachen. Komm schon. Geh ins Kragen. Da sind Eier. Was, Eier? Wo sind Eier? Na, eben waren es vier da. Was für Eier? Na, da sind es vier. Das hier? Mhm. Oh, du hast ein Ei auf dem Kopf hast du. Das ist das Drachenei. Da setzt er sich drauf. 80 Cent ist zu viel, wir sind schon wieder gleich fertig. Muss ich runterschrauben. Ja, mach mal ein bisschen. Ist doch schade. Ja, sind wir gleich wieder kaputt. Ja, ne. Äh, genau. Ja, super. Hätte ich auch so gemacht. Vielleicht kriegen wir ja was. Den können wir immer noch hochschrauben. Mhm. Gut, Strategie. Strategie? Strategie? Ein Ei. Kein Ei. Ja, zocken mit Köpfchen. Das sehen wir gleich, wenn bei Bank Null steht. Da, zwei Eier. Guck. Ja. Alter, kommt hier mal was? Da habe ich hier was verpasst. Hm. Wollte ich mal richtig auf die Tonne holen? Ja. Und dir mal was zeigen. Ist nicht schlimm jetzt. Du wirst dich nicht schämen. Ist in Ordnung. Ich werde leicht rot. Ist okay. Ist echt peinlich gerade. Ich weiß, dass die Erwartungen hoch waren bei mir eigentlich so. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich drück mal zwei Augen zu. Ich schäme mich. Ach, alles in Ordnung. Kassion ist dafür. Oh, da 3K ist jetzt. Jetzt geht's los. So. Peinlich. Ich habe gedacht, dass das richtig abgeht. Wie peinlich. Also, dass die Leiter bis 500 hoch gedruckt wird. Oh, da, jetzt, jetzt, da. Guck, jetzt, jetzt. Knallt das im Karton. Geht ja nur bis 140. Jetzt kracht das. Ja. Doch nicht. Alter, hier. Das Ei in der Mitte. Alter. Das hätte geschöppert. Da hat das aber nicht hingelegt. Oh, Alter. Da wäre das Ego wieder gewachsen. Na, kann doch alles passieren. Was soll hier noch passieren? Na, steck mal, äh, den Sand noch nicht in den Kopf drin. Ach so, okay. Da stecke ich den Sand noch nicht in den Ohren. Boah, der gibt gar nichts. Ne, jetzt, jetzt rei ich die Nase voll. Jetzt pass auf. Pass auf, was jetzt kommt. Ist nicht dein Ernst. Pass auf, was jetzt kommt. Ist nicht dein Ernst. Pass auf, wir nehmen jetzt. Ey, auf die. Warte. Pass auf. Pass auf. Echt? Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Das ist jetzt das Geldmachspiel. Aha. Auf ich. Heute noch. Heute noch, ja. Bleib ruhig. Ja, du, ich bin ganz so chillt. Alles cool. Ich bin nicht. Ich kann jetzt nur noch 3-7en retten. Oder ein Vollbild. Boah, ist aber jetzt gemein, weißt du. Ey, der Versuch war richtig cool. Boah, nee. Aber die Spannung war bis zum Schluss nah. Boah, ich geh jetzt nach Hause. Ich geh jetzt im Bett. Ich geh jetzt schlafen. Lass mich alle in Ruhe. Ich geh jetzt schaukeln. Tschüss. Ja, macht's gut. Bye. Man hier. Rotz.